Hallo Leute, die Xiaomi-Tochter Poco hat vor einer Weile wieder ihre M-Serie erweitert. Mit dem Poco M5 schauen wir uns in diesem Test das günstigere Modell mit Helio G99 und 90Hz Display etwas genauer an. Das Poco M5 gibt es in drei Farben mit 4 plus 64, 4 plus 128 sowie 6 plus 128 GB zu kaufen. In Deutschland gibt es allerdings nur die Varianten mit 4 GB RAM. Beim Design setzt das Poco M5 wieder auf das breite Kameramodul, welches wir jetzt schon öfter bei günstigeren Poco-Geräten gesehen haben. Für den Rest der Rückseite hat man sich diesmal für eine Ledertextur entschieden, welche sich ziemlich gut anfühlt und dem M5 einen interessanten Look verleiht. Erwähnenswert ist, dass es sich hier um ein Unibody-Gehäuse handelt. Die Rückseite besteht also mit dem Rahmen aus einem Stück, was der Stabilität im Biegetest definitiv zuträglich ist. Insgesamt habe ich an der Verarbeitung nichts auszusetzen. Das M5 fühlt sich gut an, ist präzise verarbeitet und auch die Tasten klappern hier nicht. Beim Display muss man weiterhin mit einem LCD-Panel Vorlieb nehmen, was auch bedeutet, dass die Helligkeit nicht gerade hoch ist. Bei direkter Sonneneinstrahlung leidet die Lesbarkeit deutlich. Ansonsten ist das LCD-Panel aber von erfreulich guter Qualität. Das Bild wirkt dank der Full HD Plus Auflösung scharf, Farben und Kontrast stimmen und es gibt keine unschönen Makel wie beispielsweise Schattenbildung am Rand oder helle Flecken. Das Display bietet außerdem 90 Hz, wodurch die Oberfläche sehr flüssig wirkt, zumindest solange der Prozessor es schafft, die nötige Framerate zu liefern. Interessant ist auch die Adaptive Sync-Unterstützung mit 30 Hz, 60 Hz und 90 Hz. Der Touchscreen erkennt 10 Berührungspunkte und tastet mit 240 Hz ab, womit er relativ flott reagiert. Geschützt wird das Display von Gorilla Glass, wobei allerdings eine Beschichtung gegen Abdrücke fehlt, was dann auch auf Kosten der Gleitfähigkeit geht. Als Prozessor kommt der Helio G99 zum Einsatz, welcher noch recht neu ist und endlich in 6nm gefertigt wird. Damit ist der Chip deutlich effizienter als seine Vorgänger aus der Helio G90 Reihe, was man auch im Alltag schnell merkt, denn im normalen Alltagsgebrauch ist hier so gut wie nie eine Wärmeentwicklung festzustellen. Für typische Alltagsaufgaben ohne größere Leistungsansprüche ist der Helio G99 schnell genug, bietet aber gegenüber einem Helio G96 keine Mehrleistung und ist sogar, was die GPU betrifft, eine Ecke langsamer als ein Helio G95. Bemerkbar macht sich das aber hauptsächlich beim Spielen, anspruchsvollere 3D-Spiele wie Shadowgun Legends bringen das Poco M5 recht schnell an seine Leistungsgrenze und laufen erst mit deutlich herabgesetzten Grafikeinstellungen halbwegs flüssig. Wer also gerne mal solche Spiele zockt, sollte vom Poco M5 die Finger lassen. In der Basisausstattung bietet das Poco M5 64 GB Speicher. Wem das nicht reicht, der kann entweder zur teureren 128 GB Version greifen oder per MicroSD-Karte nachrüsten, was hier dank dem Triple-K-Slot ohne Verlust von DualSIM möglich ist. Was Xiaomi leider vergessen hat einzubauen, ist eine Status-LED. Und auch bei den Sensoren gibt es Schwächen, denn ein Gyroskop fehlt dem Poco M5 und der Kompass, welcher zwar vorhanden ist, funktioniert leider auch nicht korrekt. Das macht sich dann zum Beispiel in Google Maps negativ bemerkbar. Wie ihr hier sehen könnt, eine Ausrichtung nach Blickrichtung ist nicht zuverlässig möglich. Keine Probleme bereitet wiederum der Fingerabdrucksensor in der Power-Taste. Er entsperrt ausreichend schnell und auch recht zuverlässig. Bei der Software gab es im Testzeitraum gleich drei Updates, was das Poco M5 aber auch nötig hatte. Das MIUI 13 auf dem Smartphone lief nämlich zu Beginn recht lahm und ruckelig, was sich mittlerweile zum Glück durch die Updates komplett gelegt hat. Derzeit basiert das System auf Android 12 mit dem Sicherheitspatch vom Oktober. Google-Zertifizierung ist vorhanden und auch Widevine Level 1 DRM ist wieder mit am Start. Bloatware ist reichlich vorinstalliert, kann aber einfach deinstalliert werden. Und sehr lobenswert muss ich erwähnen, dass dies nun auch für Facebook gilt und Xiaomi auch auf die Facebook-Systemdienste verzichtet hat. Im Mobilfunk muss man beim Poco M5 noch auf die 5G-Unterstützung verzichten und auch weltweite Frequenzunterstützung gibt es hier nicht. Alle für Deutschland und Europa wichtigen Frequenzen sind aber an Bord und im Test gab es beim Empfang keine Auffälligkeiten. WLAN gibt es mit dem AC-Standard und hier hat mich der sehr gute Empfang überrascht. Neben dem Router messe ich 284 Mbit pro Sekunde und ein Stockwerk darunter immer noch sehr gute 158 Mbit pro Sekunde. Ein kleines Highlight ist zudem die Unterstützung vom aktuellen Bluetooth 5.3-Standard. NFC darf natürlich auch nicht fehlen und ist sogar mit Google Pay ohne Probleme nutzbar. Beim GPS gab es keine Auffälligkeiten, auch hier ist der Empfang sehr gut und im Praxistest war die Genauigkeit sehr hoch. Zur Beschallung bietet das Poco M5 leider nur einen Monolautsprecher. Dieser klingt solide, wird aber auch kaum jemanden vom Hocker hauen. Das Poco M5 You won't just hear glass break. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear as a cloud of debris blooms and shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold Scattering chaos to the four corners of the room While the sound of a scared little kid running like hell Fades away in the distance Für Kopfhörer gibt es einen 3,5mm Anschluss mit gutem Klang und ohne Störgeräusche im Hintergrund und FM Radio kann man darüber auch hören. Beim Telefonieren war die Sprachqualität im Test an beiden Enden gut, ein separates Umgebungsmikrofon fehlt zwar, in lauter Umgebung gab es aber trotzdem keine Störungen. Voice over LTE und Voice over WiFi werden natürlich wie gewohnt unterstützt. In Sachen Kameras ist das Poco M5 relativ spärlich aufgestellt. Die Hauptkamera bietet mit dem 50 Megapixel Samsung JN1 inklusive f1.8 Blende zwar einen soliden Hauptsensor, doch der Rest der Kameras erscheint dann eher belanglos. Was die Kameras taugen, sehen wir uns jetzt mal genauer an. Die 50 Megapixel Kamera ist für den Preis ganz gut optimiert. Sie liefert im Standardmodus stimmige 12 Megapixel Fotos mit ordentlicher Detaildarstellung auch auf größere Distanz. Die Farben sehen dabei natürlich aus und sogar der Dynamikumfang ist für die Preisklasse recht ordentlich, wobei die Auto HDR-Funktion natürlich ihren Beitrag leistet. Insgesamt lassen sich bis auf ein leichtes Bildrauschen in dunkleren Bildbereichen keine gravierenden Schwächen ausmachen. Wer also für wenig Geld eine solide Kamera erwartet, wird hier gut bedient. Einen 50 Megapixel Modus gibt es natürlich auch. Bei perfekten Lichtverhältnissen kann dieser die Bildschirfe und Detailabbildung weiter verbessern. Weiterhin lassen es die großen Bilder zu, weiter in die Fotos zu zoomen, ohne dass das Bild pixelig wird. Zum Zuschneiden oder eben dem Druck im Großformat ist das natürlich interessant. Man muss aber auf die Lichtverhältnisse achten, denn bei zu wenig Licht leidet die Qualität im 50 Megapixel Modus. Das M5 tendiert dann zum Verwaschen feiner Details und erzeugt nochmal mehr Bildrauschen in sehr dunklen Bildbereichen als im Standardmodus. Der Portrait Modus ist eher für Schnappschüsse geeignet. Die Motive werden hier ohne Ausnahme leicht weich gezeichnet, wodurch Bildschärfe und die Detaildarstellung ein Stück weit verloren gehen. Abseits vom weichen Look funktioniert der Portrait Modus aber ganz ordentlich und rechnet die Unschärfe weitgehend präzise ein. Die 2 Megapixel Makrokamera hat leider einen festen Fokus und ist auch qualitativ nicht das Gelbe vom Ei. Mehr als Schnappschüsse sind hier nicht zu erwarten. Der LED-Blitz nutzt nur eine einzelne LED. Unmengen an Licht erzeugt das Smartphone also nicht. Bei Nahaufnahmen entstehen aber trotzdem gute Ergebnisse mit schönen Farben und guter Ausleuchtung. Lediglich ein gewisser Rauschanteil fällt auf. Für größere Abstände ist der Blitz nicht hell genug. Für Nachtfotos eignet sich das Poco M5 trotz der großen Blende nur eingeschränkt. Bei ausreichend Straßenbeleuchtung entstehen zwar brauchbare Fotos, welche aber auch eher Schnappschusscharakter haben. Man erkennt eine deutliche Weichzeichnung durch Rauschunterdrückung, wobei trotzdem noch ein leichtes Rauschen auszumachen ist. Der Night-Mode hält die Bilder etwas auf und schärft in manchen Situationen auch nach. Rein von der Qualität her werden die Bilder dadurch aber kaum besser und man sieht im Night-Mode noch mehr Bildrauschen als schon im Standard-Modus. Angesichts der Lowlight-Schwächen im Standard- und Night-Mode überrascht es mich dann, dass mit dem Pro-Modus dann doch noch hervorragende Nachtfotos möglich sind. Die Halbautomatik leistet hier exzellente Arbeit. Schnallt man das M5 auf ein Stativ und setzt lediglich die Belichtung manuell, reicht das schon aus, um wirklich hervorragende Nachtfotos zu erzeugen. Tatsächlich muss sich das M5 hier nicht mal vor diversen High-End-Smartphones verstecken. Bedenkt man, dass man das M5 beim Import schon für 149 Euro bekommen kann, sind die Ergebnisse fast schon sensationell. Selfie-Fans kommen beim Poco M5 leider nicht auf ihre Kosten. Die kleine 5 Megapixel-Frontkamera liefert auch eher Schnappschüsse als richtig gute Bilder. Bei Lichtmangel zum Beispiel innerhalb von Räumen oder gar bei Nacht steigt der Sensor sehr schnell aus. Wer gerne mit dem Smartphone filmt, ist beim M5 leider auch an der falschen Adresse aufgenommen, wird mit der Haupt- und Frontkamera in Full HD mit maximal 30 FPS. Bedauerlicherweise ist die Bildqualität aber alles andere als gut und auch eine Stabilisierung gibt es nicht. Hochwertige Videos entstehen mit dem Smartphone also nicht, auch wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Weiter geht's dann noch zum Akku und hier erwartet euch wieder die typische Größe von 5000 mAh und mit dem effizienten Helio G99 kommt dabei trotz des LCD-Panels und den 90 Hz eine anständige Laufzeit rum. Zwei Tage Laufzeit sollte hier wirklich jeder erreichen können. Enttäuschend ist allerdings, dass es kein Fast Charging gibt. Mit der Leistung von nur 18 Watt dauert die Ladung von 20 auf 75% etwa 54 Minuten und bis auf 100% vergehen fast 2 Stunden. Wie fällt also mein Fazit zum Poco M5 aus? Grundsätzlich hat man es hier mit einem soliden Budget-Smartphone zu tun, welches sich im Alltag gut schlägt und bei Nutzern ohne höhere Ansprüche wenig Raum für Kritik bietet. Das M5 bietet im Grunde alles, was man braucht und der einzige drastische Aussetzer ist die Schwäche bei den Sensoren. Beim Preis hat Xiaomi diesmal jedoch, wie ich finde, daneben gegriffen, denn die UVP in Deutschland ist viel zu hoch angesetzt und man bekommt hierzulande noch nicht mal die Variante mit 6 GB RAM. Man muss sich nur mal das Redmi Note 11S ansehen und zu welchen Preisen man dieses mittlerweile bekommt, um zu merken, dass das M5 hierzulande etwas überteuert ist. Unterm Strich würde ich das M5 deshalb nur dann empfehlen, wenn man es im Bereich von 150 bis 160 Euro ergattern kann. Im Angebot oder über chinesische Händler war das schon mehrmals möglich, mehr sollte man für das Gerät in der Basisausstattung aber definitiv nicht ausgeben. Und damit ist dann, denke ich, alles gesagt. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen und weitergeholfen. Feedback, Fragen und eigene Erfahrungen mit dem M5 sind wie immer gerne in den Kommentaren gesehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Video. Zusehen. Zusehen. Zusehen.